so mein lieben ein wunderschönen ich grüße euch hallöchen ein großes danke noch mal an alle die auf tik tok die letzten tage so aktiv dabei waren ich habe das ganze video in paar einzelnen schnipseln auf tik tok gebracht der link ist natürlich unten würde mich freuen wenn ihr dort vorbeischaut wir werden jetzt in das video reingehen als ganzes das heißt ihr seht das ganze video von anfang bis ende und zwar geht es um das ein rank match für meinen wingman rang in cs go und da werden wir jetzt direkt reingehen aber eins noch nicht vergessen am 2.9 kommt es in meinem twitch stream vorbei es gibt zu verlosen es gibt zu verlosen es gibt eine verlosung und es gibt zu gewinnen so heißt eine glock 18 patronen königin und eine awp mortis die wird am 2.9 direkt im stream verlosen also schaut gerne vorbei ich würde mich freuen und jetzt ab ins video jetzt csgo später vielleicht schreibt dann mal mal 什麼 los Too low. Johooo. Der Hund ist da schon wieder. Oh, das wird auch wieder ein schweres Match. Gehst du Dropper oder bleiben wir beide hier draußen? Ich bin der Dropper. Was ist der Hacker? Das ist der Hacker. Das ist der Hacker. Der Hacker ist der Hacker. Der Hacker ist der Hacker. Minus 70. Schön. Der hat sich in einen Hacker gefangen. Die ist der Hand wieder. Wo liegt es denn? Gerade hier. Warte lang. Ich komm doch nicht auf wie ich fette es hab. Der Hund hat einen Brädel kassiert. Der Flasch, Achtung! Der Hund hat einen Bräckchen. Ich muss euch machen, Pelle. Und du hast den Zugang noch. Wtf? Ok. Wtf. 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 Gekad. Wtf. 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 Das muss ja sein, dass jetzt vielleicht ein Video. Minus 39. Nein, nicht Blend, Nano. Gibt er noch mehr Kohle? Ah. Ja, das ist ja direkt wo ich bin. Ah, da draußen. Oh, da draußen. Oh, da draußen. Sechs Bullets. Schön! Nice! Sechs Bullets, brauche ich nur fünf. Brauche ich nur fünf. Das reicht schon. Oh, der zweite ist auch oben. Oh fuck, die waren schnell. Schön, schön gespielt, schön. Safe runtergespielt, gut gemacht. Okay. 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 Ja, ich habe mit der Schotke, mit der Schotke. Geh mal beide Dropper oder? Lang. Hinten dem Häusl. Ah ja. Niiiit! Shit! Nur schnell habe ich weggetragen. Ich hab mich gleich entschuldigen müssen, weil das war ... ja. Gleich noch einmal droppen. Oh, der ist close. Bitte, bitte. Auf einmal steht der da so einen halben Meter vor mir mit der scheiß Shotgun. Aber er hätte mich viel früher holen müssen, weil dann hätte ich sein Maid nicht einmal getötet. Pushen wir lang, komm. Ich hab den jetzt mehr erahnt als gesehen. Uff. Ach du Scheiße. Autsch. Sorry for that. Uff. Was ist das? Willst du meine Rankwissen? Willst du mein Wissen? Nein! Okay? Willst du meine Rankwissen? Okay?